Wie komm ich denn jetzt hier rauf? Muss ich mich jetzt hier herstellen? Äh? Warte mal. Oh, komm. Toadshad ist all für das. Okay, toadshad. Und Forts Power. Ich geh nach das Ding. Ich geh nach das Ding. Ich geh nach das Ding. jetzt was bringt mir das jetzt so ist das von der anderen seite und auf dem weg so hinten gibt es ganz klar das lakai des monats plakette um die mannkeit wer braucht nicht er hat er gibt wieder zeug zum einsammeln ähm Mäusecode abgelaufenen Dosen und was an klas der wusch du was stöhnen ah ja die sagen über Mäusecode mitgenommen TV-Konsole Mäusecode ok 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 cool cool jetzt können wir das ja wir sonst noch was achte was ich wieder war besser das gegengift ja so hinter kommen wir ja nicht nur gut dann kann man aber jetzt hier zu dem weg freischalten wir analysieren ja kann ich aber es würde nicht gefallen das haben wir jetzt schon was ist denn da oben jetzt was er umlegt über 57 deklau so ein chaos labor hier im ölkatastrophenprobe die zeit anhalten das dreifaltigkeit der besinnung okay ja lauter neue autofakte so auch irgendwas für sieht nicht so aus was denn aber die klappe wenn das kein die antwort ja auf euch auch meine freunde so besiege die karte mal drei reinwürgen das ist optimal das wird am stärksten den prima als erstes zum bluten dass mir keiner an mein werkzeug geht ja 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 WAH! 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 Atexah hat uns eingekündet! Und weg mit dir! Hau weg! Hau weg! hier können wir mit rückstoß könnte man fast wegkriegen er geht in beide richtungen haben wir ihn weg und die anderen zwei treffen wir perfekt oh oh nö nö au aah fuck weißt du? die von kuhn die die anke danke einfach ist am besten bis jetzt ein klassischer fall für den kreuzschlitz meinst du war kinder zu treten wir können nicht angreifen ja ja kurz ausgeholt ausgeteilt bausatz cool so können wir uns das hier holen was in karmale zeichen rezept ich höre katzen hier 56d Lappen mit Katzenbisse lecker ok kipp out KAUS 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 da oben stehen noch Zahlen ah verdammt ich dachte wir brauchen bloß die Wörter Schale ok hier ist ein Shop also stellen uns wahrscheinlich gleich einen Kampf bevor äh wer ist das? oh mein Gott der Selbstjustizlob ganz genau der Kuh unser kleines nettes Kind witz wo ist diese Katze? das ist echt Qualitätsware so eine Katze würde direkt an den Bosk gehen wer ist euer Boss? du sollst ihn nicht erwähnen jetzt müssen wir die Scheiße umlegen besiege die Drogendealer das machen wir mit Vergnügen sogar wer will zuerst? wer will verstümmelt werden? ach die Dinger stehen im Weg? ok ja das nenne ich mal Kuhngerechtigkeit die explodieren dann uuuh und machen richtig fett damage uieieiei uua wenn es sich das hier richtig lohnen ne mindestens einer kriegt dadurch damage und wir nehmen die weg die bei uns stehen uuuh sehr gut genau da stehen ja eh ne im Feld du schaffst das so jetzt gucken wir mal da können wir nämlich hier vielleicht das nächste schon so ach der steht nur die da hinten alle treffen und ihnen da vorne treffen wir leider nicht aber das machen wir mal uuuh das gibt fett damage das ganze Labor brennt gleich du kannst von hinterbrauchen was Kogor verbündete freigeschaltet Kogor cool boah stopt das eh gleich vorbei den frage ich als nächstes ok was hat sie denn von Angriff äh schlag mit Selfiestrick verbrügel ein Gegner und füge ihm Verletzungen zu versuche bei einem Gegner was verursacht bei einem Gegner Schaden um eine was und eine Verteidigung was verteidigungsverringerung Verringerung äh geblockt du erhältst Block und erzürnst einem Feind ach selber wie Craig ok und sie hat auch einen Angriff der alles trifft äh das haben wir schon also fast down ist sie damit schon down ok wir müssen hier stehen bleiben guten Tag ey das wäre cool nicht Cartman ach du bist sowas von tot hallo und weg ja ja klar fülle Maske und Drogenflaschen ok ok hör zu das hier ist nicht unser Ding der große Boss hat alles in die Karte unter sich vereint die Italiener die Russen die Selbstkristler alle arbeiten für ihn wir tun nur die Katzenfissen die Drogen und den Alkohol er ist der große Boss er macht das nicht mal wegen Geld man es heißt er will einfach nur eine Welle vom Gewalt auslösen aber warum das hört sich gruselig an das ist gar kein Ausdruck dafür und jetzt wird der Boss erfahren dass wir gesungen haben die ist ein guter Männer ok er gibt sich eine Überdosis oh fuck ja genau echt krass alter los hier lang so äh Kutatebutzen genauweiler huuuhu so weiter geht's ich dachte wir kämpfen gegen Dr. Kappa und hallo im Übrigen achso wir dürfen noch gegen Chaos kämpfen also kannst du mir helfen also okay ich werde jetzt bald neu äh zugang wird wirklich 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 das ist ja mal das ist ja mal sehr daneben das ist ja mal sehr daneben die Herrschaft der Ordnung ist vorüber cool in France was denn was denn für ein offenes rohr Was wäre die Idee von dem Samenplatz im Boden, Halter, Atem, Anerkennung? Ja, aber was für ein... Ach ja! Hä? Nicht doof? Ja! Ja! Ah! So, okay! Das ist so widerlich! Ah! Ah! Furtz-Emergie-Bündeln! Ja! Der hasst des May! Oh, ein Feuerwerk! Ja, 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 das wird der gleiche... Soll denn das? Der Feuerwerk würde vielleicht nicht mehr so gefallen... Ja, ja! So, guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Hallo! So, besiege die Chaosverscheidung! Haben Sie euch Chaos Kids? Haben wir schon wieder zwei so'ne Dinger? Naja, komm mal hin! Oh, 180 haben die? Okay, machen wir! Ah, okay! Die kündigen sich an, das ist schon mal gut! Das können wir zur Not auch aus der Weg gehen! Ja, cool! Oh, kein Stress! Ähm... Das stellen wir uns wieder voll im Weg, ne? Nur noch eins vorgehen, ne? So gut! Ich frage mich, ob deine Actionfigur das auch könnte! Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder! Ja, ja, ja! Bestimmt! Jetzt wird's chaotisch! So geht's! Tschüss! Jetzt werden Schurken genagelt! Hehe, genagelt! Ja, ja, ja... Oh... Hm... Okay, einen Kipp, nur weg... Oh... Immerhin! Oh... Olafitz! Oh... Unordnung auf Sieg! Entropie! Oh! Du? War over! Ich bin drin okay! So.... Wehen? Komm mergem? Ah WENN? nicht weg singen so komplett ich bin mal alle drei auf der die dieses schatz okay wir können aber ja geben und zum schutz das nicht ja 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 das bringt es mehr und auch rein so gut okay mach gar nicht so viel schaden wie ich erwartet hab das ding zielt wieder aber eigentlich auch völlig groß aber ich glaube wir brauchen die gar nicht das reicht glaube ich wenn man die Lakaien wegkommt auch ein pinkelt der hund ja ja ich weiß es nicht tue es halt ich weiß es wirklich nicht und hau rein füllt den Zorn von Hildenkeit und tschüss zum Köter schon wieder die haben schon wieder so ein Roboter gebastelt ok ok könnten wir eigentlich so eine blöde Maschine umhauen oder wenn wir von dem war noch schwachen beide ziemlich hoch Roboter treffen wir noch nicht oder dann können wir alle in eine reinhauen dann machen wir das doch schlecht neuer sehr gut ah 2shed wird jetzt einer abkriegen nur gut der ist noch voll endlich wir haben keinen blöden wir haben die dinger lassen wir stehen wie weit kommt dann vor man kann ok dann haben wir dann haben wir trotzdem noch das ding drauf hier so mit bonus durch das klappen ein Stand durch die Macht von Kuhl & Frenz ja 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 geht klar Chaos ist unausweichlich reiß dich zusammen die Stunde des Chaos steht bevor du hast uns Lakaien unterschätzt was mit jeder runde dringen wir ein bisschen tiefer wie ein Bohrer wie viel damage macht denn das boah krass 710 die können wir alle umhauen ist da ok dann mache ich die 710 die wir auf denen ey die 2 oder irgendwas das ist echt heftig ja da könnte man kaum hinsehen bereit machen für dieses blinzeln na ok mit bonus sind sie weg ist auch weg so hat man einen da keilen und im fetten ah die schütte aber auch ok wir können treffen wir beide und der köder ist auch weg ne nö so da geht noch was ab ja schön wir kommen in Coontown ah da trafen wir das Ding scheiße da kann man auch nicht ran ok dann haben wir das Ding drauf hier na na kacke saubere Arbeit tun ah das brennt auf ins Gefecht nein oh scheiße ein frischer Wind zieht auf was genau das Ding müsste jetzt schießen ja ne ja jetzt wird der Co man 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 alle können ruf Verbündeten heilt maximales Wiederbelehrung sein das können wir mal anwenden schlafen bis zu später genau hallo heute da stehen wir blöd im Weg oder wohl machten meisten Damage und gibt einen Status Schaden boah krass zau da rein ich glaube auch und damit war's was auch mit dem gewonnen Schmerzbringer von Gaia und Geld so jetzt können wir uns ja erstmal ein bisschen umgucken crime is out of control in our town Kunin friends are this city's only hope all right now you need to go out into the town and do superhero stuff you know help people and fight crime and dumb shit like that well how's the character sheet coming do not give me those sad puppy eyes you are not going to have three classes but i only need a few hundred for that so you know what i'm gonna do with all the rest go to paris and get a p-dolling husband and fuck french jicks super craig super craig so so Untertitelung des ZDF, 2020